Am 1. Juni war meteorologischer Sommeranfang. Zumindest mal rein theoretisch, denn praktisch lässt der Sommer bei uns in Hessen noch etwas auf sich warten. Und damit herzlich willkommen zum hessenschauwetter. Wir schauen mal, was der 1. Sommermonat eigentlich so zu bieten hat. Denn von sehr heißen Tagen zu sehr kalten Nächten, da ist eigentlich alles mit dabei. Im Jahr 2019 musste man in Frankfurt zum Beispiel bei fast 40 Grad dann doch ordentlich schwitzen. Eine dicke Jacke hat man dagegen in der Nacht vom 3. Juni 1962 gebraucht. Da gab es noch mal leichten Frost bei minus 1,7 Grad. Und wenn wir uns dann mal den langjährigen Mittelwert von 1961 bis 1990 anschauen, so sollten wir im Schnitt 80 Liter Regen pro Quadratmeter im Juni bekommen. Das meiste fällt davon eher lokal bei Schauern und Gewittern. Und im Schnitt gab es dazu 192 Stunden Sonnenschein. Wie es jetzt die nächsten 24 Stunden weitergeht, das sehen Sie auf dem Wolkenfilm. Es geht erst mal klar los oder mit lockeren Wolken. Die werden im Verlauf dann aber in der Nacht dichter und dann kann es hier und da auch mal etwas regnen. Insgesamt gestaltet sich der Tag dann morgen wechselhaft mit vielen Wolken und nur etwas Sonnenschein. Vor allem am Nachmittag gibt es dazu dann auch vermehrt Schauer und auch einzelne Gewitter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 15 Grad am Rhein und 10 Grad gibt es in Osthessen. Morgen dann 16 Grad im Upland und bis zu 22 Grad an der Bergstraße. Am Donnerstag und Freitag geht es dann bei einer trockenen Mischung aus Sonne und Wolken erst mal weiter. Und vor allem am Freitag haben wir dann dazu im Süden mal teilweise bis zu 25 Grad. Am Samstag wird es dann von Süden her wieder etwas wechselhafter mit ein paar Regenwolken. Das war es von mir und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.